Hey Leute, heute aus Imola Wie ihr seht, seht ihr unser Quali-Ergebnis dort Kumpel hat mich in der letzten Sekunde quasi gefühlt noch geschlagen Nee, Spaß Aber ja Es ist auf jeden Fall viel knapper als gestern Bei Brands Edge Da wurde ich ja gebügelt, bis zum geht nicht mehr Also heute kannst du nur besser werden Aber ja Achja, beziehungsweise ich habe andere Leute auch gebügelt Und wir sind viel im Acker rumgefahren Aufmacht, dass heute nichts passiert Nee Du stecke kannst ja Ja, bestimmt Also dann Schon bereit Juuu Don't drink and try a pencil Müsst'n ja alles mal eingeklafen Ja, ich trinke auch ein schönes Wasser für heute Wenn ich in meinen Zeit fliehe, dann liegt es da dann, weil ich rechts ran gefahren bin Weil don't drink and drive, ne Das ist sicher und ein Sachsgeier Ich bin nicht weiter Ich bin nicht weiter Ich bin nicht weiter Joup Ja, ja, ja. Und schon kommt der Gangwagen Ja Siehst du mal Ich bin bereit Ich bin auch bereit So Okay Ich bin auch bereit, also hey ho let's go, viel Glück ne Die auch, ja Danke danke Das war ein einfaches Pass Nein Sag mal Du bist auf Du bist auf Du bist auf Ich muss nicht wieder mit Zermin kämpfen Ich habe keinen Bock Du bist auf Meinreschleben tun sie mir Ich bin schon in Brügel Mich hat da ein Crab, der nicht da war, ausgehoben Das ist schon strange Ich bin schon. Boah, zieht das über. Ah, nee. Ah, nee. Ah, nee. Was machst du zu, du Arschloch, meine? Scheiß KI, Alter. Kostet nur Zeit. 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 Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wie du die Schikane führst, aber du nimmst mir jedes Mal was ab. Hier auf der Graden, da wächst mein Vorstück ab. Hier ist er fast zwei Zehntel oder so. Das kann man in der letzten Kurse auch sehen. Aber im Endeffekt bleibt es immer gleich. Ja, aber irgendwie schon, ja. Was quatschen, jetzt 13, wie kostet er denn? Den meint es da in der Hand. Scheiße. Habe einen Fehler gemacht. Gefühlt schon. Ich mag die gerade durchschirmen, das ist scheiße. Aber we müssen jetzt kreise den Keeeeen. Schöne? 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 Schöne. Schöne? Du bist so schlecht. Schade, dass ich so viel wegen der Kriege verloren habe. Das wäre spannend gewesen. Ich habe die Karte, die Karte, die Karte und die Karte. Und dann wird der Fitte langsam mit dem Dägenbrotten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schon interessant was es bringt. Oder auch nett. Dann stoppt die Moral, ne? Oh! Kommst du zuerst? Seidfahrt, ne? Ja. Wie brechen Sie jetzt? Oh, das war ein Kaltereifel. Oh, weiß geht es nicht. Haltes Klamm. Ja. Ja. Das war's. Das ist spannend. Schick mir den Vietengang weg. Das wird nichts mit den Punkten. Sorry mate, I didn't catch that. Boah, die Bremsen, Alter. Wie bei ich gleich? 28. 24. 25. 29. Oh, das ist doch hier nicht so viel. 5 Liter. Jetzt musst du wieder andere Bremspunkte hinlernen. Also du meinst auch wegen von der Bremspunkte? Ja. Ja. Ein bisschen anders sieht sie ja. 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 Das ist richtig. Boah, die Bremsen, die Bremsen haben noch keine Temperatur. Joachim. Ja. Ja. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Das war's für heute. 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 Ich bin hier von dir. Der King im Afford besetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 F*** Diese 1 Sekunde tut weh Blablabla Das gibt's doch nicht Blablabla 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 Wo sind meine Kampfkatzen? Auf, 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 Monitor. Auf, auf. Ne, ne. Heute, das ist meine Kampfkatzen. Wir sind im Käfig eingesperrt. Jetzt sehen wir noch ein bisschen was Hasselneutiger macht. Was seid ihr unterwegs? Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Haben wir drin gestern. Wüsste auch mal, was seid ihr? Naja. Sag doch nichts... Wäre auf jeden Fall aber spannend geworden, auch mit dem Kaischeid am Anfang. Was hat sich noch schnell zu sagen, also ich zeige euch, wie schnell es sich um jeden Fall ist. Was hat es wirklich für Vögel dann? Ich bin zugeblieben. Man fasst da eh noch ein bis ein Click weniger, dass das bei der Geraden so viel ausmacht. Verstehe ich nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Beto, nur 6 da, oder? Vielleicht ganz knapp, ja. Aber wir dürfen nebeneinander fahren, die sind zeitgleich. 6 und 5. 7 und 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Auf jeden Fall so was zu uns. Glückwunsch auf jeden Fall. Danke, das war gut nach dem Scheißrennen gestern. Auslaufrunde. Ich glaube so was gäbe es. Ich muss dich nachmachen. Katscht mit den Handschuhen. Schau, ich hab die schnellste Runde sogar. Ja. Aber guck mal wie knapp die Schlesen sind. 1, 43, 4, 3, 9, 5, 8, 1. Wie gesagt. Ohne den KI-Kack. Wäre es auf jeden Fall spannend geworden. Ja wir waren ziemlich gleich schnell auf jeden Fall. Wir waren total gleich schnell. Das war ein ziemliches Hin und Her. Aber es gab schnell wie schneller war es. Es gab schnell wie schneller war irgendwo. Sorry mate, I didn't catch that. Sektor 2 ist immer so auf die Zeit rausgeholt. Ja. Sektor 2 und du halt dann wieder im 3er. Ja genau. Und Sektor 1 war ich auch ein bisschen schneller. Würde ich mal sagen. Ach ja, das tut gut nach dem Scheißrennen von gestern. Das war jetzt mal wieder ein Sieg. Das glaube ich. Aber ich war diesmal auch viel konzentrierter als gestern. Ich höre ich auch. Ach ja. Ja. Alles Wann Leute? Doch. Repeat please. Bevor das Dreamwein ist muss ich noch ein Lob aussprechen für deine Nervenstärke. Ja wie gesagt heute war ich sehr konzentriert und fokussiert. Was ich gestern nicht war. Ja das macht dann Unterschied. Also ich war auch heute viel angespannter und viel mehr dabei. Viel mehr bei der Sache. Aber du hast auch so stark ein bisschen super ran gefahren. Ja auf jeden Fall. Und wie du sagst. Wenn du am Anfang von der Arcee nicht so aufgehalten worden wärst. Hätte es auch anders ausgehen können. Ja sicher. Aber weißt du halt nicht. Jetzt hab ich dann gedreht weil ich dann zu viel wollte. Ja. Kann alles passieren. Ja. Ok Leute auch danke dass ihr zugeschaut habt. Heute war es dann nicht so spannend wie gestern. Also ne. Gestern ist mir passiert auf jeden Fall. Ja. Der was die Zeiten geobachtet hat. Wie die Hin- und Hersprange zwischen uns beiden. War es schon spannend würde ich sagen. Ja klar das schon. Sonst ist es ja erst vorbei wenn es vorbei ist. Ich meine jeder hätte noch Mist machen können. Genau. Aber wir sind beide irgendwo cool geblieben. Wo? Mehr oder weniger. Ja. Ja. Ok Leute dann wie gesagt vielen Dank dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal dann aus Spielberg. Der der Kollege schon heim kann. Ja. Ist natürlich auch wieder spannend. Ja. War in der Vergangenheit alles manchmal spannend bei uns. Als wir noch da bei Codemasters auf 1 gefahren sind. Ja. Das stimmt. Ok. Passpart. Mein Typ babbelt die ganze Zeit dazu. Ja. Ja. Ok Leute haut rein macht's gut. Schönen Abend noch. Tschau von mir. Schönen Abend tschau. Schönen Abend. Ruh. Schönen Abend sjunkisch. Sonst gesucht geht's functions.